Wir haben hier noch eine Reihe gemacht. Musik Musik Ein bisschen angeregt dann im Verlauf von 0,1 fangen wir nur auf der 4, dann kommt Elkin, der Außenrumpf von Maro Engelhöchst, Omega gerade, mächtig verarbeitet wird und Engelschein mag Ihnen jetzt optimiert. Maximilian Paul im Fassel-Lambolini, der hinter Schäden-Fanterlinde unterliegt, eigentlich ist nicht mit der Schäden-Ferlinde, allerdings gewonnen, oder eben Paul, eigentlich nur noch davon fällt direkt Lukas Auer und Rennerath hat jetzt schon wieder 5, 6 Plätze gut gemacht in der ersten 3 Viertelrunde, ja, die Überholmonster tragen heute und wie auch wie gestern die Farbe Blau auf jeden Fall, Rennerath. Ja, 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 ja. Gerade für die Strategie, was für die Rundenzeitentwicklung wahnsinnig wichtig ist, hier sauber ohne in den... Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Busch ist dabei, wie geht es nach vorne, das sehen wir auch bei den Vorladungen. Das ist nach vorne, würde ich es mal sagen und das ist Maxi Dannenbau. Der Busch ist dabei, wie geht es nach vorne, das sehen wir auch bei den Vorladungen. Das kann man beim Boxenstopp profitieren, aber die krasse Mannschaft macht das klasse. Das kann man beim Boxenstopp profitieren. Das war's auf dem Weg. Guck mal, Freini geht vor, extra, auf dem Weg. Die Fettung geht jetzt mit Ihnen vorbei. Aber auch mit dem Co Bortolotti, das wird jetzt spannend. Das ist die Fettungspartner-Linde vorbei mit Zukunft, das bleibt. Schlaf-Linde vorbei mit einerазen-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise. Das beläuchte Regenstoff am Sch vueltenfeld ist so richtig ... ... aus dem Weg ¡Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise. Wuchten wir es wohl ein wenig in der volta, wir gehen es unsere Sorge-Krise-Krise-Krise. Musik Ich würde nicht für den Dickel... Das war's für heute. Wir haben hier bei Werk und Entspreche, für den Vorfall wird von der... Das ist ein ganz normales Ding hier dann hier. Die Trasse gerade noch mal sehr deutlich analysiert. Was hier noch mal in den Bildern zu sehen. Und dass dann zwei draußen sind und einer weiter fährt. Der kann sich gerne bei uns mal sehen lassen und entschuldigen. Damit ist gemein. Okay. Das ist der. Du hast wenig calcium vegane Gefiilen. Du kannst Aufманli찬. Und jetzt, und sowohl Lukas Stolz als auch Kelven von der Lindegrund, er hat Ferrari-Piloten vorbei, und dann kommt es noch die Brüse, und dann kommt es noch ein bisschen weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.